Dieser Ford Ranger steht hier zum Verkauf. Der silberfarbene SUV ist 5 Thürich, bietet Platz für 5 Personen sowie viel Stauraum fürs Gepäck. Der SUV bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie Einparkhilfe, Partikelfilter, Nebelscheinwerfer, elektrische Fensterheber, Freisprecheinrichtung und vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 150 PS. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 28.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Nichts? Damn you! Abonnieren Sie uns. Southern Sol wetter das Schaltrieren tiefer volumeüben ist Industria effektiv.